2742, errichtet Abkopplung. Ich kenne den präzisen Standort eines massiven Norelec-Vorkommens. Meiner Einschätzung nach des größten, das je gesehen wurde. Also, sowas habe ich hier noch nie gesehen. In all den Jahren im Grün. Ein kleines Mädchen. Wir sind in derselben Situation. Du musst einen Weg finden, wenn du den vergrabenen Schatz willst. Die Hälfte für mich. Natürlich. Wieso sollte ich dir vertrauen? Ich kann dich beschützen. Die Höhle der Königin. Das ist nur eine Theorie. Früher oder später wirst du mir vertrauen müssen. Danke fürs Zuschauen. Verratet uns gerne unten in den Kommentaren eure Meinung. Wie fandet ihr das Video? Lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Und vergesst dabei nicht, das Glöckchen zu aktivieren. Das Lotter wirdіт. Das macht es hysterisch. Danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.